In den IP-Headern ist vermerkt, dass Router sich anbahnende Stausituationen melden sollen. ECT 0 ist gesetzt. Bei drohenden Stausituationen senden Router den Vermerk Congestion Experienced im IP-Header an den Empfänger. Daraufhin sendet der Empfänger in den folgenden TCP-Act-Segmenten das ECN Echo Flag an den Sender zurück, um ihn zu benachrichtigen, dass ein Router drohende Stauprobleme erkannt hat. Wenn der Sender diese Pakete bekommt, reduziert er seine Sendegeschwindigkeit und vermerkt dieses im TCP-Header, indem er das Flag Congestion Window Reduced setzt. Der Empfänger sendet so lange TCP-Header mit dem ECN Echo Flag, bis er einen TCP-Header mit dem Flag Congestion Window Reduced erhält. eine Vielen Dank.